Aaaaaaah, Arakbar! Tempisch wie vorne ist. Wieder nicht, ne? Doch. Gut, der tut nur so. Ach so, ja ok. Das lass ich gehen. Sehr gut. Du, 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 du. Noch mehr? Ernsthaft? Bestens kommt der Hubschrauber. Alarm! Alarm! Alarmsignal! Ja, hier kommt die ganze Zeit. Alarm! Alarm! Da kommt ja noch mehr! Alarm! Was macht ihr denn da? Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht, Alter. Sorry, jetzt zählte schon. Kann doch brennen. Aber die fahren bei mir vorbei, also halt, bei mir brennt's nicht. Ich glaub, das wird's noch mehr. Ne, die wollten ausrücken, aber dann haben die das Feuer gesehen bei dir und dachten, ach, das löschen wir lieber nicht. Wird's nicht so weit. Wird's ja noch nicht sicher sein. Wird's ja noch nicht sicher sein. Wird's ja noch nicht mehr. wir müssen gleich sein. Was sagt das? Ja, wo ist's? Ja, wo ist's? Astralis kriegt ne Runde! Ich weiß! Ist hier, Australien. Hör die Gewächte, die fliegen können. Fabian, kauf mal die M4 bitte eben. Hab ich schon, hab ich schon. Wo ist mein Geld? Weiß nicht. War eine für 17 Euro, die hab ich schnell geholt. War es nicht deine? Ne. Oh. Naja. Aufgelaufen. Hätt kein Kissen aufgenommen. Du hast auch Messer verkauft und kein M4, du hieberst. Warum? Wenn ich hier 4 verkaufe, kann ich mir 6 Kissen aufmachen. Blut und Dana. Was willst du mit 3 Messern? Eins liegt auf der Bank, so. Hallio. Ich switche immer. 4 wäre besser. Ja klar. Einmal 2 rein. Dann wieder die anderen 2 rein. Ja. Dann spiel ich immer nur mit dem 1. Ja logisch. Ja logisch. Ja. Nomi! Choros! Biceps. Biceps. Oh es ist mit dir. Biceps! 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 Lois I wanna be with you Ich kann nicht mehr tragen Lalalalalalalala Oh Das wäre es ja Porsche mit dir Zack, flying headshot Hehehe hehehe what? hey die HE war aber genau alter 8-1 good job pp Wir haben noch einen Schmeißer, Na, Junge. Geht's ja schießen. So schlecht sind die gar nicht. Das Lösch jetzt war aufkommittiert. Ja, schieß halt nicht. Ach, 2. Bastard. Bastard. Morgen, Morgen, Morgen. Ja. Was ist Morgen? Royal Rumble. Ja. Ist das heute Nacht? Ja. Ich glaub das gucken die auf Rocket Beans TV und kommentieren das. Weil sie nichts anderes zu tun haben. Ich glaub das fängt heute ne Stunde eher an. Sprich 1 Uhr nachts glaub ich. Dann kann man das ja gucken. Ja, dann kann man das ja gucken. Dann geh ich ja arbeiten. Ja, die Pre-Show fängt um 1 Uhr nachts an. Ja, dann kann man das nicht gucken. Das heißt, sieben Stunden später ist es dann zu Ende. Ich schalte erst einen neuen Assault. Okay. Weißt du wer noch da ist? Und der Name ist John Cena! Ja, leider. Entritte. Im Moment. Oh ja. Joach. Ja, wir sind fertig. Das ist richtig. Das ist gut. stattel. Ja, wir sind fertig. Ja, wir sind fertig. Wir sind fertig. Okay, ich schau. Und der Name eines Ski. Jo. April! Braucht ihr etwas? Ja, Baby! Hey! Oh Baby, es ist Ripple! Deine Mutter. Deine Mutter. Deine Mutter. Ja. Ja. Das Licht segnet euch. Oha! Gib ihm. Oh, 1,2 Millionen Zuschauer. Das könnte ein Rekord sein. Mhm. Haben die da eben schon gesagt? Ja. 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 Ziemlich offiziell, aber Kerrigan hat es gesagt. Und das wurde da gezeigt, dass er das gesagt hat. Ja. Ja. Dadurch, dass die letzte Web Trade ist, war ja vor dem, der zweiten Web schon 1,2 Millionen sind nicht so viele dazu bekommen. Ja. Kabel, die retten um 1 Millionen mehr irgendwie. Ba-bam. Zehnmal Overtime. 100.000 Drops. Overtime. Puh. Ja, aber das Trale suckt wohl auf. Kabel haben Schiss vor WP da. Und deswegen haben die das gebannt. Ja, das würde ich aber auch. Ich schläft. Bist du W oder M? Wie, W oder M? Hä? Bist du weiblich oder männlich? Alter, willst du mich verarschen? Trink. Ja, Pasta, pass auf, ich bin alle geschmackt. Ich komme in einem guten Sterben, Alter. Die Einzeller. Einzeller. Ich habe mich so weggepisst, so wie ich das zum ersten Mal gehört habe, ne? Einzeller ist grandios, Alter. Ihr habt ja auch zwei Zeller gemacht oder sowas hinterher, ne? Ja. Ich meine schon. Ey, ich habe gehört, du hast die Steffi eingepackt. Von der Steffi, von welcher Steffi redest du? Der hat dann kloppt oder zieht? Ich weiß nicht, das ist auch gut, Alter. Von der so einen kleinen Jungen das Fahrrad geklaut hat. Der ist, der ist, was der, der ist zehn Jahre, was soll er machen? Hä? Hat der nicht gesehen? Das ist schon sehr gut. Vielleicht lügt er ja auch. Warum glaubst du, dass ich lüge? Der ist zehn Jahre, was soll er machen? Entweder du lügst oder er lügt. Und dafür kriegst du nichts auf die Fisse. Oh, so gut, ey. Das ist auch schon so alt, ne? Ja. Da siehst du mal, wie alt wir schon sind. Ja. Ich komme mit Hunderfilz. Ja. Ich komme mit dem da. Da kann es auf die Kamele. Oh, super gut, ey. Ja. Ja. Dann, dann, dann. Dragon Lord. Nächstes Major gibt's ne Dragon Glitter. Vielleicht. ich habe eben gesagt ab nächsten meter sollte kabel schon einmal pro bett pflicht sein ja ja und 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 ein drop für mich auch und ich habe zwei bekommen ich würde mal interessieren warum einfach verrecken keine cs-maps gespielt werden vielleicht weil wir wirklich zu unbalancen dann aber das wäre doch mal ein richtig schöner schöne veränderung so bei best of three irgendwie wenn es eins einsteht dritte map ist eine cs-map friede sei mit euch seid vorsichtig jetzt auf jeden fall gerne mal sehen wie die spielen ja ich nur die wir werden überleben oder hier ne 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 vip map alter ja ja oh gott hieß diese vip map wo man den irgendwie oben rausholen musste und dann nach ganz unten bringen musste und ein sechster stand oder musste man nach ganz oben bringen von unten ich weiß nicht die standard ich meine das ist ein standard mehr ich glaube man kam aus dem hubschrauber oder so also genau geister mit euch sein redet mit mir man sieht sie haltet euch vom vodoo fern mir hat diese eine map gefallen bei ähm ich weiß nicht mehr welches projekt das war von counter strike da ähm das ist zu weit entfernt wo diese holzstämme da lagen direkt an so einer brücke wo dann immer die tees und die citys auf der einen seite kamen im kleinen kabuff links war so ein bagger hm ich weiß gar nicht ob ich die kenne auch wir haben die vielenfalls schon zusammengespielt auch competitive echt mhm ich weiß noch nicht mehr wie die heißt ach ähm ach ja von der von der dingens ähm 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 weiß nicht so ne so ne ach so ne blödes land so ne wie hieß die eigentlich so ne land das könnte sein ich glaube das war derselbe cycle hm hm weiß ich jetzt nicht ich glaube das war derselbe cycle wie wo dieser zoo war jaja 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 zussuprise jaja es wird mal wieder zeit das wir mal wieder so ein ding raushauen jaja ist so im moment die längste durchstrecke ja oh my god hattst вы also letztes Jahr war nur eine operation sonst waren es nur zwei fj omg Das hat eigentlich immer Spaß gemacht, so man kennt die Maps nicht und man spielt sowieso casual, also scheiß drauf und auch competitive ist halt witzig, wenn man die Maps nicht kennt, so. Boah, wie knapp das war. Wie knapp das war? Wie knapp das war? Wie knapp das war. So. Hätte das fast geklatscht, Alter. Nein, das ist auch nicht. Jetzt muss ich etwas anvisieren. Gut, Alter. Ich brauche ein Ziel. Wollen wir jetzt einen Drop? Ich muss näher ran. Ich habe kein Ziel. Guck mal, nicht mal einen Timer, Alter. Commercial Break, ach Mann, was ist denn das? Ja, das ist eine Werbmode. Lumi, Luff. Lumi, Luff, 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 Lumi, Luff. Ich habe schon ausgedrückt, auf die du gekommen bist, wo du auf MDMA warst. Ne, der war auf Crocodile. Auf Crocodile. Crocodile Dandy. Ich muss zuerst etwas anwiesen. Oh, sagst du sie, ne, Solrion? Ja, ja, ja. Geist dein Facki. Geist dein Facki, seid ihr ehrlich. Ja. Die ganze Zeit drauf. Ja. Ich wundere das immer so. Ey. Ah. 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 Was haben sie denn jetzt für ein Problem? Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ja. Das ist zu weit entfernt. Das ist aber scharf. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ja. 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 Dann hätte WP schon fast gewonnen. Ja. 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 Da wären wir ja nicht mehr. Ja, da waren wir ja nicht mehr. helfen, aber mitspielen willst du nicht. Ja, richtig. Ja, warum? Weiß ich nicht. Ich muss ja auch die Quests noch machen, alle. Ja, ja, klar. Ja, aber mit welchem Chat du die machst, ist ja egal. Ja. Kannst du ja auch mit einem neuen machen. Nee, nee. Und dann haben wir noch 300%, das hilft. Ja, viel zu anstrengend. Also du meinst, du willst die wenigstens dann One-Hitten. Ja, alles. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Ich werde schon wieder so müde. Gestern war ich auch müde um diese Zeit. Es ist Sonntag, das ist das Standard. Ja, aber um diese Zeit bin ich eigentlich nicht müde. Aber gestern auch. Und dann ab 9 Uhr bin ich wieder hellwach. So, dann wärmer. Was wollen wir denn überhaupt? Bats, Bats. 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 Ja, bei 8 Uhr, ja. Toll. Easy. Bats. 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 Soll ich die machen? Ach, machen wir noch die Dinger. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Vielleicht. Oh, oh. Sieh nicht gut aus. Oh, 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 oh. Ich kann dieses Ziel nicht umhalten. Das ist zu weit entfernt. Hm, wie early. Ich bin außer Reichweite. 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 Nein. Zieger. Ja. Ich bin außer Reichweite. Nein. Ich muss leh heran. Nein. Zieger. Zieger. Das ist zu weit entfernt. immer ans gesicht treten ja sie ist weg endlich ja dann kannst du jetzt dein neues messer auch verkaufen ja hab ich ihm ja gesagt aber will er nicht er will lieber drei messer auf der bank er will die ganze seite voll haben einfach nur falls mal jemand sein steamprofil anguckt was im regelfall nicht passiert damit er das dann sieht und denkt der messericke der messericke alter der messert alle ich muss näher ran ich bin wenigstens verschildert dabei was hast du jetzt gerade bekommen karambit ich bin fabrik mal das ist so nice ich bin das zum teil ihm gefällt sein aufbrecher messer in lore besser ja das macht die farbe ne ja das messer selber ist trotzdem hässlich alter er hat das schon ne die farbe ist leicht ich find gattner eigentlich gar nicht so schlimm nicht bei allen und dieses rote boah p90 rockt die hütte freunde also das war grad ein spoiler muss ich sagen warum bei mir nicht wenn ich dir auch regelt ja im game ist er 20 sekunden verzögert naja jetzt regelt die hütte ja dann reagier ich jetzt 20 sekunden verzögert ja dann reagier ich jetzt 20 sekunden verzögert immer mit timer und dann auslassen der hat einfach alle weggebratzt der hat den gut gegeben ja ach die arme astralis 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 oder wie heißen die menschen von astralis astralis haben jetzt sponsoris von audi echt ja die haben auf ihren neuen trikos das audi zeichen drauf die ringe vielleicht hab ich mir auch ein audi zeichen auf meine t-shirts und ich krieg geld von denen bei deiner streamgröße kannst du das wahrscheinlich machen ja so macht man das da oder so ab 4 zuschauer ja wenn eben schon 13 da waren ich hab davon anzeige backt ich glaub nicht ich weiß nicht 4 leute waren wenigstens schon mit namen sogar da bei ww glaub ich ist es auch einfacher wie wenn du cscout spielst weiss ich auch nicht also außer der ist halt krass ne ja was weiß ich ganz neue bosse ja toll das ist zu weit entfernt vor allem er könnte es ja auch voll sein als bait weiss pasha wartet jetzt einfach 20 sekunden und stirbt dann was ja pasha mit dem glatsch es war so klar es war so klar mit dem nackenklatscher wieso holt er denn noch einen was ist das für ein alter wotdaf elfi pd nicht jetzt gewonnen die rolle wieso holt er denn noch einen was ist das denn scheiß alter was ist das denn ja er hat voll den bait raus gehauen ach tja mit klatsch äh muss aalfilets finden hier ist ein town parlor der bummwummel heißt ich bin außer reichweite auch sehr geil ok ok mögen wir den ja ja ok der ist ja geil nice cooler typ nice 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 was ist da los einen nach dem anderen so waren sie weg so waren sie weg warum immer die 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 d la